Du sagst, mein Freund, was die Menschen verletzt, ist der äußere Rahmen. Gier, Hass und Not und Gewalt, Leid und Kampf, alle die täglichen Dramen. Du hast schon recht, doch hast du auch bedacht, was uns viel mehr zu schaffen macht, ist, Menschen loszulassen. Du sagst, mein Freund, unser größtes Problem ist das Überleben. Arbeit und Nahrung und Geld, vielleicht um Träume nicht zu zertreten. Du hast schon recht, es hinterlässt viele Lagen, doch die größten Löcher im Herz sind die Unsichtbaren. Denn was dich tatsächlich tief drinnen berührt, ist den Faden zu kappern, der dich zu einem Menschen hinführt, ihn einfach loszulassen. weil du, den du liebst, die Tür schließt, ohne dich vorher zu fragen, ob du das Wort Vergangenheit auch imstande bist zu ertragen. sagst du, mein Freund, hast du bedaukt, hast du gefühlt, was ein Abschied mit dir warnt? Du sagst, mein Freund, was die Menschen verlässt, sind die großen Dinge im Leben. Was ist, wenn dich jemand verlässt, dem gelang dir Frieden zu geben? Nichts trifft dich mehr als das Bild dieser Tür und die Erkenntnis ein Teil deines Lebens ist unwiderruflich vorüber. Denn was dich tatsächlich tief drinnen berührt, ist den Faden zu kappern, der dich zu einem Menschen hinführt, ihn einfach loszulassen. Bei der, den du liebst, die Tür schließt, ohne dich vorher zu fragen, ob du das Wort Vergangenheit auch imstande bist zu ertragen. Nichts trifft dich mehr als das Bild dieser Tür und die Erkenntnis ein Teil deines Lebens ist unwiderruflich vorüber. Sag mir, mein Freund, hast du bedankt? Hast du gefühlt, was ein Abschied mit dir macht? Das ist ein Abschied mit dir in den Moment. Das ist ein Abschied mit dir in den Moment. Wenn du dich das Gefühl hast, das war ja auch immer so lustig ist, hast du ein Abschied mit dir in den Moment. Das ist ein, das ist ein Abschied mit dir in den Moment. Untertitelung des ZDF, 2020